Wir sind wieder zurück und... Vor allen Dingen, wir haben einfach nichts dabei, ne? Wir haben einfach nichts dabei. Weder eine Waffe, noch sonst irgendwas. Ach ja, ist es? Wir wissen beide, dass du es warst. Und wir sind endlich draußen aus dem Tanker. Das ist sehr gut. Würde ich mal meinen. Ich meine, wir konnten uns ja schon denken, dass... ...die Bakers nicht so sind, wie sie sind, ne? Wir haben ja im Laufe der Zeit auch mitbekommen, dass es wirklich die Kleine war, die das alles gemacht hat, aber... ...naja, gut. Ich weiß nicht, ob das hier die letzte Folge ist, oder ob... ...ähm... ...danach noch was kommt. Ich würde einfach mal schon mal hier und jetzt danke sagen für alle, die zugeguckt haben, die einen Kommentar da gelassen haben, die einen Daumen hoch gelassen haben. Wow. Was ist das? 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Okay. Ava Crombay, irgendwas... Keine Ahnung. Foto. Beobachtet... Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Ach, jetzt erkenne ich es auch. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschüttelte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Wer soll im verlassenen Datwerk südlich des Anwesens sein? Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Wir nehmen alles mit. Was wir jetzt so großartig mitnehmen können. Okay, das war's. Okay. Ähm. Ähm. So. Ätzmittel könnten wir vorsichtshalber mitnehmen. Pistolenmunition. Auf jeden Fall. Okay. Ähm. Ähm. Was machen wir denn hier alles? Noch mehr Pistolenmunition. Maschinengewehr. Okay. Die machen wir mal raus. Äh. Und nehmen dafür die erste Hilfe mit. Und dann speichern wir. Ne. Und dann sind wir eigentlich gut ausgestattet. Die Frage ist, was kommt jetzt noch auf uns zu? Was passiert hier noch? Wir sollen ja praktisch die Kleine töten, ne? Was haben wir hier? Ich kann's nicht richtig sehen. Das ist die Pistole. Okay. Wie viel Münzen haben wir eigentlich? Das wäre natürlich sechs. Okay. Damit hat sich das mit der Pistole hier natürlich auch erledigt. Für den Granatwerfer haben wir keine Munition. Okay. Dann kann er weg. Dann könnten wir ja noch was mitnehmen. Überlebensmesser. MP. Eine kleine Pistole mit gewöhnlicher Vollkraft, die sie im Schiffswrack gefunden haben. Okay. Ah. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wir haben noch genug. Wir lassen es einfach so. Wir haben ja gespeichert. Von daher kann uns ja eigentlich nichts passieren. Achso. Okay. Dann machen wir das mal anders. Wir nehmen jetzt mal die... Das machen wir mal weg. Und die Münzen nehmen wir mal schnell. Dann können wir wenigstens unsere... Gesundheit... Ah, okay. Alles klar. Nachladegeschwindigkeit. Ja. Dann nehmen wir halt das jetzt. Dafür ist ja egal. So. Benutzen. Ja, wunderbar. Und wir nehmen den Festbrennstoff nochmal mit. Sehr gut. Ah, wir speichern jetzt nicht. Wenn wir sterben, mache ich das einfach mal schnell so zwischendurch. Und dann... ... So. Dann haben wir alles nachgeladen. Hoffe ich doch. So. Dann haben wir alles nachgeladen. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. So. Das wäre erledigt. Da ist noch einer. So. 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 Da wollte sich wohl jemand von hinten anschleichen. Sehr gut. So. Das hieße aber auch im Gegenzug, wir sind noch nicht am Ende. Und... Hä? Okay. Achso. Okay. Die wissen also, dass wir es wahrscheinlich sind, der hier rumgeistert. Aber das ist nicht so dramatisch. Ich weiß noch nicht, was uns jetzt da unten erwartet. Und das macht mir irgendwie am meisten Angst. Okay. Das erinnert mich an Outlast. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Interesse habt. Äh. Ob ich vielleicht Outlast mal spielen soll. So. Ach du Scheiße. Das ist ja genau nach meinem Geschmack. Kraut. Ähm. Okay. Ja gut, ne. Warum nicht? Wieso sind wir jetzt hier in diesem Raum drinnen? Das verstehe ich nicht. Wieso sind wir jetzt hier in diesem Raum drinnen? Und dann... Hat sich was getan? Nö. Ah, da. Oder? Geht's da lang? Anscheinend auch nicht. Hä? Ich bin überfordert. Hä, übersehe ich jetzt die ganze Zeit was? Hm. Hm. Hier steht es ja an, nicht hochzugehen. Oh, alles klar. So. Okay. Die Frage ist jetzt echt, wo lang, ne? Ich folge jetzt einfach mal dem Licht. Könnte ja nicht verkehrt sein. Oder doch. Okay, also dem Licht folgen ist eine... Komm schon, Ethan. Alter Vater. Oh. Willst du nicht sterben oder kannst du nicht sterben? So, dann wäre das auch erledigt. So, also scheinen wir ja doch auf dem richtigen Weg zu sein. Immer dem Licht nach. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. So, ne? Schön immer die Augen offen halten. Oh, das sieht eher aus, als ob Lucas hier zugange war. Aha. Ein Raum. Gesendet Freitag, 16. Januar 2015. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich hab mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr ihr einprogrammiert habt? Ist das ein bisschen krank? Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also hab ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sogar manchmal besuchen. Sie denkt Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Die Oma ist Evie? Okay. Das könnte natürlich der Sache einen ganz anderen Blickwinkel geben. Also ist das hier Lukas kleines Drogenlabor. Anscheinend würde ich jetzt mal meinen. Heidewitzka! Was zur Hölle! 5 Minuten nach der Dosis erbrechen. E-Nikrotoxin. E-Serie. Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten nach Dosis kalzifikation der Zellen. Was auch immer das bedeuten mag. Was? Ich würde da jetzt einfach... E... Aha. E-Nikrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Bio-Waffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie Zelle in den Necro-Blablabla-Behälter. Ah, okay. Wir haben also jetzt anscheinend eine Waffe, die... Die die kleine... Die wie einfach den GAR ausmacht. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der Nextbase Initiative Next Generation Experimental Battlefield Supportity der Firma initiiert. Um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Bio-Waffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfe mit minimalem Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Die Nextbase Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit feindliche Kämpfe zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist kein Wunder, dass... Und selbst die... Umbrella-Organisation, würde ich jetzt mal meinen, von... sich darauf stürzen. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von... in... gewesen. Dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicariance Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder der Bio-Waffen sah vor, das Mutamzytgenom von einem Menschen in den Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierten Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert, von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie, bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchen ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Das Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesen eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrecht erhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor Pheronom ähnelt. Die Blakterien der Art Pseudomas für Quorum-Sensing benutzt... Alter, was sind das für Wörter! Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individuelle Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinung von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt. Das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen und unter anderem Selbstverstümmelung und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamyc-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, so dass der Körper zerfällt. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Weil das ist ja das, was wir gerade gesehen haben. Oder eigentlich schon wieder was. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Mycelien den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Mycelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleiht ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen, die Molded getauft, angelegt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unabsichtigen Infektionen kann ein spezielles fungiziertes Serum gewonnen werden, indem Gewebeproben von Evelyn in einer Pum-Pum-Pum unterzogen werden. Stimulation, ne? Das Serum einer infizierten Person zu initiieren, sorgt für eine Qualifikation der Mycelien. Aber wenn die Zellen der Person schon weitgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Okay, das heißt wir töten Evelyn definitiv. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekt aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es Punkt bei Punkt aussetzen, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekro-Paparen nennen und das selbst in kleinsten Dosen tödlich wirkt, würde ich jetzt meinen. Besonders interessant an Evelyn zu verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurde infizierten Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familien als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass diese instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzug kompensieren möchte, die Liebe der Eltern. Okay, alles klar. Das war für heute die Märchenstunde. Ich würde sagen, bevor ihr jetzt durch diese Tür gehen, beende ich jetzt die Folge und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao.